Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist meine blöde, das ist das tolle Lied, das gerade kam, neu starten. So. Es ist ein schönes Lied, muss ich echt sagen. Trouble Maker. Äh. Blitz 2. Na gut. Auf der Seite werden wir hier vielleicht Zuckerrohr anpflanzen. Da brauche ich mal so eine vollautomatische Ante-Maschinen, habe ich mal Ende schon gemacht. In einer Singleplayer-Welt. Schöne Singleplayer-Welt steht mit der am liebsten weitergemacht hier. In der Aufnahme, aber leider, Abstiehl verloren. Da ich von Ursprung noch gequickten auf die Vollwassungen übergestiegen bin, Abstiehl. Vermehrt. Das haben wir sogar schon zusammen im Überschuss. Schaut aus, mit dem man sonst nichts machen kann. Wie zum Beispiel Tiere, wo man nicht denken bestimmt welche an Zweideutschkeit. Das wird schon wieder Nacht. Ich muss langsam echt mal Dungeon finden. Dass wir dann über das Dungeon vielleicht mal Melonenkerne oder, oder, warte mal. Melonen und Möhren, da bräuchten über ein Dorf. Wenn ich wieder ruhig Zeit habe, mache ich mal eine Aufnahme. Tun wir das mal machen. Eine ruhig lange. Also jetzt nicht bei einem Stück lang. Die werde ich nächste Woche mal sehen, ob ich da Zeit kann ich die machen. So Zuckerropf gepflanzt. Ja. Ich muss immer so gucken. Können wir schon wieder ernten. 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 Äh. Wir wollen vielleicht schon mal so does Schiff bauen. ach cool ich muss schon mal dass es geht können wir theoretisch und mal 1 genau drei abstrecher abstrecher da kommt dann noch mal weg aber als abstrecher zu mir werden es hier solche dinge machen so schön stüftchen und drüben haus das dach an wir haben echt koppelprobleme muss man sagen du bist ein problem ja das ist immer so ein fährt kennt jemand n dinge schon erwischt schon ein mod wie wir meist zum beispiel kreativ modus ist nur die items suchen kann das kaum kraft ich will ich will die taumkraft installieren um gottes willen das stimmt dass es bei drei jahre lang machen müssen alles so wurscht haben wenn ich schon mal anfangen von unserem haus toll ja geschaut hat das auch noch gekäckten zu dass dort nur packt hallo okay so gerade so sagen auf dem ausgedrückt das ist eine total kleine maus habe ich wo ich kleines mäuschen ich habe immer angst auf die aufnahmezeit zu gucken wirklich habe ich dann steht meistens einer 1 mit einer 8 dort und das sind nicht 8 minuten 10 sondern 18 minuten die 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 schönes lied in der sunbach liegt ich muss noch mal in den kommentar gucken was mir von einem lieben zuschauer gepostet wurde von musik aus was ich alleine machen kann da wollte ich noch mal nachgucken wir haben doch noch vier und sechs so was kommt das monkey island ein russi polka heute und das ist auch das gesagt hier schon groß die polka auf die wisse wir haben in der alten städtele tot schlafen was sie wieder getan hat ich finde das nicht schlimm naja ist die bürger wäre vielleicht besser so nie in der zeit aufgewachsen nur ist die bürger ich ich hatte es aber in geschicht so richtig dran ja so ist das war am ende so nehmen wir in der zeit beim geschicht so nirgends zu bocken koppel mehr auch so 4 ich überlege gerade mache professionell anzufangen mit unserem monster falle wir müssen unseren schacht noch weiter runter machen geht schneller neun minuten gut problem ist die ganze kacke ist schief hier so vier blöcke 234 und auf der anderen seite 3 juhu ist gelehrt das heißt eine hülle das heißt keine monstervolliger und das lied ja ja da ist links besser ultima online musik das ultima online ich werde jetzt mal kurz eine sind wir die mit änderungen vorführen option höhlen modus habe ich jetzt mal an das immer lieber schmale höhe ja das sieht ja sehr verblüffend aus ja ich mache das auch mal wieder option bilden modus aus fertig ja guck das muss ja normal z und noch mal z hier weil schon mal gucken wie es hier in der umgebung aussieht und ein tor betrachtet ist nicht entschieden zwar schon zu einer ort schienen wo ich als schieds an gemacht habe eingelassen habe aber zeichnet es nicht entschieden weil ob du meine berechtigungen schön haben wir doch ein steck das was 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 die politischen soll es immer länger hoch zu kommen es wird dann hier alles weg gemacht diese das improvisorium ist episch aus das war mal hier oben so war das hobby zu hause vorbe wählen fertig sie ist besser aus da das ist direkt auf dieser säule ist eine triumphsäule oder irgendwas und dann machen wir nämlich m wegpunkte kann man hier den haus löschen löschen fertig fertig sieht das aus so am ende über unsere stadt mitte werden kommt hier vorne doch trotzdem weg reisen und wenn das unser schönes anfangshaus war aber es passt nicht ja das muss man eine spitzsacke menschen sind geltov ist geltov vorbei sieben bei ich mich gerade etwas man sieht so was wir durch hinlegen muss man über power und stimme bringen weil es ist echt eine belastung jeden tag drei aufnahmen machen da frage ich mich wie sich andere das player fühlen die mehr aufnahmen machen öfters und länger und so ein scheiß ne ich kämpfe echt damit hier konzentrationsmäßig durchzuhalten halbwegs durchzuhalten oder vernünftig durchzuhalten überhaupt durchzuhalten so ist machen ja abt Prozent die tüte nr 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 es fehlt uns gleich 1 das war jetzt super sie gab es im moment mit mein lieblings wird ja so ist denn das vorm haus ist es schon möglich na wir werden dann noch hinten was anbauen und hinten drauf landeszeit und überall aber das lang uns erst mal ne musik zu ende das musik zu ende vielen dank dass ich mal angeguckt habe das war bitte auch schön wenn ihr mich abonnieren wollt wenn ihr schon abonniert habt teilt ist leicht ist tut mir die ganzen umfragen beantworten das war sehr sehr super von euch und ich mache es zu schluss ich gehe jetzt ins Bett ich bin müde ich mache das Fenster aber auf weil so eine Höhlenitz hier drin ist und werden sie uns bald wieder und wir kommen vielleicht in Wurstabteilung zu Scheißner vielen Dank fürs Sehen und dann verabschiede ich mich mit einem klassischen Tschüss Tschüss